Sehr geehrte Patienten, mein Name ist Dr. Christian Konzelmann. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Arthroskopische Gelenkschirurgie und Sportorthopädie hier an der Asklepios Klinik in Lindau. Ich bin seit knapp 30 Jahren beruflich tätig, davon seit über 20 Jahren in selbstständiger leitender Position. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung den Facharzt für Chirurgie sowie die Schwerpunktsbezeichnung Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie und Sportmedizin erworben. Ergänzt habe ich noch den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich bin mit meiner Abteilung für Sie sehr gerne Ansprechpartner, wenn Sie sich ein Gelenk im Rahmen Ihrer sportlichen Aktivität oder eines Unfalls verletzt haben sollten oder wenn Ihnen ein Gelenk ohne relevantes Unfallereignis in den letzten Wochen und Monaten zunehmend Probleme bereitet. Wir haben dabei eine sehr hohe Berufserfahrung und betreuen vom Hobbysportler bis zum semiprofessionellen und professionellen Sportler die gesamte Bandbreite aller Verletzungen. Unsere Kernkompetenz ist dabei die Arthroskopische Gelenkschirurgie. Wir versuchen mit Ihnen in verständlichen deutschen Worten Ihr Krankheitsbild zu erörtern und Ihnen alle Möglichkeiten darzulegen, wie Sie zu einem perfekten Ergebnis kommen können. Es ist uns dabei sehr wichtig, dass Sie die Behandlungsmöglichkeiten verstehen und dass wir von den nicht operativen Möglichkeiten alles ausschöpfen, bevor wir uns gemeinsam den operativen Möglichkeiten widmen. Sollten operative Verfahren eingesetzt werden müssen, verwenden wir alle momentan wissenschaftlich anerkannten Verfahren in einer sehr hohen Berufserfahrung. Der Vorteil der arthroskopischen Gelenkschirurgie ist, dass wir über kleine Schnitte mit sogenannten minimalinvasiven Verfahren mit der Kamera in Ihr Gelenk hineinschauen können, um die notwendigen Eingriffe durchzuführen. Für Sie ist es der große Vorteil, dass Sie nach dem Eingriff weniger Schmerzen haben und dass die meisten Eingriffe ambulant oder kurzstationär durchgeführt werden können. Sehr gerne sind wir auch für eine Zweitmeinung für Sie Ansprechpartner. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen und wir sind sehr gerne als Team in Zukunft für Sie da.